Zwei Jungbauern mit Unternehmergeist, viel Herzblut und eine grosse Vision in der Umsetzungsphase. Das ist die Saisonbox. Wir haben das Projekt Saisonbox aus eigenen Bedürfnissen ins Leben gerufen. Uns geht es vor allem darum, die gesamte Logistik und das Marketing in der bürgerlichen Direktvermarktung von Gemüse- und Früchteabos für alle, die involviert sind, zu vereinfachen. Das heisst für die Produzenten, für die Mitarbeiter, für die Fahrer und natürlich für die Konsumentinnen und Konsumenten. Das Projekt ist vollständig aus eigener Hand und mit eigenen Mitteln lasiert worden. Viel Herzblut ist hinein eingeflossen. Kernstücke sind vier Apps, die auf mobilen Geräten laufen. Die Apps sind miteinander verlinkt. Produktaktualisierung, Bestellung, Kommissionierung bis zum Ausliefern und der Fakturierung ist alles automatisiert. Die Programmierung macht René Bernhards-Grüter. Durch das können die Erfahrungen mit den Apps schnell rückgemeldet werden und Anpassungen auf direktem Weg erfolgen. Zurzeit bieten gegen zehn Betriebe Produkte über die Saisonbox an. Saisonbox ist ein super Tool für die Vermarktung unserer Produkte. Das Ganze ist durchdacht. Man merkt, dass es von praktizierenden Bauern entwickelt worden ist und auch betreut wird. Daneben wird auch das Erscheinungsbild und die Gestaltung der Apps geschätzt, da ihr Erkennungswert das Marketing vereinfacht. Unser Ziel ist, dass immer mehr Betriebe bei Saisonbox mitmachen und mehr Systeme laufen können verbessern.